Wasser Erde Feuer Luft Vor langer Zeit lebten alle vier Nationen zusammen in Harmonie. Doch dann erklärte uns die Feuernation den Krieg und alles änderte sich. Nur der Avatar, Herr der vier Elemente, hätte sie aufhalten können. Aber als die Welt ihn am meisten brauchte, verschwand er. 100 Jahre verging und mein Bruder und ich entdeckten den neuen Avatar. Ein Luftbändiger namens Ahn. Und obwohl seine Fähigkeiten erstaunlich sind, muss er noch eine Menge lernen. Aber ich glaube daran, Ahn kann diese Welt retten.